Der Ex-DSDS-Sieger Merzat Maraschi, 20 Kilo abgenommen und topfit Beeindruckende Body-Transformation bei Merzat Maraschi, 37. Vor acht Jahren gewann der Sänger Deutschland sucht den Superstar, doch der große Durchbruch im knallharten Business blieb aus. Stattdessen gründete der Sänger ein eigenes Label und eröffneten neben einem Tonstudio auch eine eigene Tanzschule. Jetzt kehrt mit neuer Energie und neuem Körpergefühl zurück ins Rampenlicht und will es noch einmal im musikalischen Haifischbecken versuchen. Nach seinem Sieg stieg der Druck auf den Casting-Gewinner, dem er einfach nicht standhalten konnte. Für mich war das nicht schön, denn als Künstler hatte ich nicht die Möglichkeit, mich so zu entfalten, wie ich das wollte, erzählte im Closer Interview. Nun hat der deutsche Iraner neue Singles in Planung und ganz nebenbei noch ordentlich abgespeckt, ich wiege jetzt 20 Kilo weniger und fühle mich insgesamt extrem gut. Das war ein Jahr harte Arbeit. Er habe die Ernährung umgestellt und mache mit seiner Frau jeden Morgen Sport. Um den Lebensunterhalt für seine Frau Denise, der er damals während einer Live-Show einen Heiratsantrag machte, und seine drei Kinder zu verdienen, spielte der 37-Jährige in kleineren Musicals. Seine neue Musik gehe jedoch eher in Richtung Hip-Hop und Rap, verriet er dem Magazin weiter.